Wir haben noch eine Stunde Fahrt vor uns und wir haben keine 20 Euro bezahlt, 18 Euro und für die Strecke ist es schon recht günstig. Ich empfehle euch Go-Jack, weil der Sitzer von der Villa sagte nämlich, bei Go-Jack ist es günstiger, als wenn man jetzt Bluebird Taxi nimmt, obwohl Bluebird auch verhältnismäßig günstig ist. Aber Go-Jack soll günstiger sein und die machen einen Fixpreis. Ja, wir sind jetzt an unserem nächsten Akkommendation Bamboo Eco Lodge, genau. Wir haben ein Willkommensgetränk bekommen. Muss man mal probieren? Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall Pfeffer ist drin, aber es ist ein Booster, ein richtiger Booster. Was meinst du, was noch drin ist? Bestimmt auch hier Kurkuma und so ein Zeug. Ja genau, Kurkuma ist drin, richtig, sehr gut. Das war auch unser Security hier, der Hund. Der hat uns vom Eingang bis hierher begleitet, genau. Und total freundlich. Das ist dein Willkommensgetränk. Wir nennen es Jammu in Bahasa. Das ist wirklich gesund. Das ist Turmeric-Juße, Tamarin, Honey und Lime. Das ist wirklich gut für deine Haus. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Spaß. So, unser Roller. Willst du drehen? Ja. Diesmal habe ich einen etwas cooleren Helm. Was? Was? Was meinst du? Eine Stunde, ne? Da steht ungefähr. Und wie fährt der sich? Ja. Das ist fast der gleiche wie das letzte Mal. Wie der V vorher geht. Aber ist gut. Let's go. Guck mal, das Auto hinter uns. Nice. Ein schöner VW. Sieht anders aus hier, ne? Viel... Ja, mehr Dschungel, ne? Mehr Grün. Mehr Grün. Viel schöner. Und etwas kühler. Aber angenehm. Aber trotzdem, es ist warm. Es ist nicht kalt. Es ist nicht wendig. Genau. Wir sind jetzt in einem Café. Usha Café. Haben einfach am Straßenrand gesehen und angehärten. Da steht nämlich Breakfast all the day. So aus. Das riecht ganz stark nach Räucherschnitte. Also, ich habe jetzt einen Crepe mit Chicken, Mushroom und Mozzarella, glaube ich. Und einen Berry Berry Smoothie. Hey. Und da kommt auch's. Ich habe jetzt ein Essen. Auch ein Crepe mit Green Cheese, Jam, Corn, Mango, Pineapple und Honey Smoothie. Oh, das ist das alles noch falsch. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir dieses Restaurant nicht weiterempfehlen würden. Die Smoothies waren sehr lecker. Aber das Essen war so okay. Also es braucht entweder nach Räucherstäbchen. Und wenn es nicht nach Räucherstäbchen roch, roch es nach Plump's Klo. Wir kommen in der Kabin. Jasmin und Abdurrahman. Welcome to Bamboo. Welcome to Bamboo. Welcome to Bamboo. Wir kommen in der Kabin. Ja. 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 Über certains. Auf dem Bildschirm war ich hier humansist. Wir mussten hierzukommen. Es Championships. Es ist so, so nice. Es ist close zu natural. Ja, ja. Ja, das ist der Riffel. Wir heißen WOSS Riffel. W-O-S-S. WOSS. Kann ich da innen? Ja. Ja. Aber es ist kalt, he? Ja, es ist nicht so kalt. Ja, aber manchmal, wenn wir es großartig sind, manchmal auch hier. Oh, okay. Ja, es ist großartig. Ja, schön. Du weißt, wir haben hier auch ein Spa-Therapist. Ja, okay. Da kommt jemand von mir, von der Mallorca-Therapist. Da kommt jemand von dort. Spa-Therapist und der Baby ist hier. Toll, süßer Poel. Für eine Stunde. Für eine Person. Wir wollen jetzt... Ist das immer wichtig? Ja. Ich hatte den am Anfang falsch auf. Wir wollen jetzt zum Monkey Forest und dann zu den Reisterassen. Okay? Yes. Wir sind jetzt im Monkey Forest und es geht hier auch schon los. Was hat er gefunden? Was zu trinken. Da ist ein Monkey God, denke ich mal. Was ist dahin? Das ist nämlich Promo de Lora. Der Eintritt hat pro Person 80.000 Eurofinde kostet. Für Einheimische kostet der nur 30. Hier geht's rein in den Halt. Okay, ihr könnt nichts sehen, denn ich kann auch nichts sehen. Wir gehen jetzt hoch zum Cemetery. Oh, ist schon hier. Das sind, glaube ich, Geschwister. Ich habe gerade gelesen, dass es ein Balinese schafft wird. Und der wird nur übergangsweise genutzt. Die Körper werden hier begraben, bis sie dann verbrannt werden. Hier ist auch gleich ein Tempel, der auch für die Zeremonien dann genutzt wird. Genutzt wurde eigentlich. Man kann hier heutzutage immer noch beten. Dann muss man einfach dem Staff hier Bescheid sagen. Kannst du rüber gucken. Also, man sieht, dass das hier einfach alles ziemlich naturbelassen ist. Mit dem ganzen Moos, der sich überall absetzt. Beziehungsweise bildet. Ja, solche Familien haben wir auch schon gesehen. Die, die auf dem Arm. Das sind alles echt süß. Ich war so recht. Und, Aschkam, gefällt es dir? Ja, auf jeden Fall. Ein ganz cooler Ort, muss man sagen. Schön grün, die Affen sind im Weitlein. Hier fließt der Fluss durch. Kann man den sehen? Hm, not really. Man kann ihn hören. Vielleicht ist sogar der gleiche wie der bei uns. Vielleicht ist sogar der gleiche wie der bei uns. Ja. Hm, okay. Also, hier gibt es auch ein Käfig im Wald. Dort werden die Monkeys fast täglich angelockt. Da wird so ein bisschen kontrolliert, wie viele es gibt etc. Einmal im Jahr statt da werden einige weibliche und männliche Affen dort wieder angelockt und dann sterilisiert. Die werden dann woanders hingebracht und sterilisiert. Und das ist, um die Population ein bisschen im Griff zu behalten. Damit der Wald nicht überhaupt populisiert wird. So viele schöne Pflanzen. Oh my god. Jetzt überall diese Feeding Stations. Ich weiß nicht, was das ist, was die da essen. Sieht ein bisschen aus wie Süßkartoffel. So, in diesem Käfig sind zwei heilige Affen. Nelson und Tumsest. Ist so traurig, dass man gerade die heiligen Affen im Käfig hat. Habe ich es nie erwischt. Das sind die zwei heiligen Affen. Kein Bock. Also dieser Monkey Forest ist ganz schön groß auch. Eine coole Schaukel. Stau. Der Affe. Der macht Stau. Bye bye. Oh, ist es mit uns jetzt? Der ist mir fast ins Gesicht gesprungen. Na, der hat sich die Banane geschnappt. Ui, wie süß er ist. Der hat so eine Bundle dann gelaufen. Um hier Fotos mit denen zu machen, braucht man anscheinend einen Gutschein. Haben wir erfahren. Ja, genau. 50.000 Rupiah soll es kosten. Irgendwo am Eingangkonto man den kauft. So, jetzt geht es zum Holy Spring Temple. Man muss sagen, als wir angekommen sind, was hier weit aus leer war, ist es sehr voll geworden. So voll, dass es sich hier sogar jetzt staut. Ja, fangst du da nicht heiser? Wow, es ist hier nicht zu. Ja. Ja. Das ist ja- Das ist für mich. Worüber ich nachgedacht habe ist, wie man diesen Plastik direkt, weißt du, vom Wasser muss man irgendwie runterkommen. Ja, halt viel Müll. Ich denke mal, das wird zwischendurch sauber gemacht, sonst wäre da noch viel mehr drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Da hinten ist gerade richtig was los. Das hört man an dem Schrei. Wir haben die Schlüsse zum Roller verloren. Wir haben gefragt, hier wurde was abgegeben. Hoffentlich ist das unsere, sonst kann ich schon scheiße. Oh, thank you very much. Thank you. Ja, glückhaft. Aschcom, wie fühlst du dich? Ja, ich hoffe, dass ist der auch. Aber der war schwarz mit so einem kleinen Ding. Ich fühle mich erleichtert, weil das wäre echt extrem scheiße gewesen. Wir müssen dann anrufen und alles machen. Und deine Roller bezahlen. Und das ist dann ja gut. Tatsächlich, es läuft. Wir sind jetzt hier. Chalante Secrets. Mein Eis. Wir haben ganz viele interessante Sorts. Also Koffi, 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 François. Wir sind jetzt in Ubud. Hier ist die Traunthal. Also hier ist es schon ziemlich cool. Das ist das Next Level. Hier sieht hier auch überall Roller aus. So viele Roller habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sieht sehr schön aus. Also das ist einfach so ein ganz anderer halt. Einfach Traum. Extrem voll. Aber sieht schön aus. So mitten in der Innenstadt. Richtig geil mit den Tempeln. Nice. Ich bin gespannt, wie das drin aussieht. Ja, hier sind wir jetzt eher zufällig gelandet. Das ist da irgendwas von Reichsfeldern in 1,2 Kilometer Entfernung. Das ist aus dem kleinen Markt. Das ist süß. Hallo. Ich hab ihn in dem Freund gemacht. Sieht so süß aus. Ein Stein ist immer irgendwas fein. Schon den ganzen Weg lang. Cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Übrigens hat fast jeder Haushalt in Bali seinen eigenen Tempel. In der Stadt haben den viele auf dem Dach, gerade das macht auch irgendwie so dieses Bali-Feeling aus. Oh, das ist Deutschland! Oh, was für ein schönes Haus! Hier ist ein verlassenes Café. Richtig das Gleichgewicht verloren gerade. Jedenfalls, wir... Warte mal, gucken wir mal, ob das hält. Oh, hier sieht man mich. Wir waren gerade noch mal in der Lodge, haben uns fertig gemacht und jetzt wollen wir was essen gehen. Wir haben was rausgesucht. Melting Vok heißt das. Mitten in Ubud. Auf geht's. Wir sind jetzt im Melting Vok. Mit Knoblaut. Mit Käppchen, Mushroom. Ich habe so einen Curry Vok mit Nudeln. Das sieht so lecker aus. Es riecht so lecker. Und das ist das Tagesgericht. Chicken breast mit Reis. aber halt auf balinesische Art gemacht. Oder indonesische. Und das ist Spicy Salad. Ich werde ein Stück davon probieren, aber ich bin ja nicht so der Spicy-Fan. Das Essen war richtig lecker. Mein Bock. Ich hatte es mit Nudeln. Lecker. Und deins? Ziemlich hart. Ziemlich spicy. Also in Bali ist es anscheinend so, wenn es spicy draufsteht, dann ist es wirklich spicy. Also nicht so wie in Deutschland. Deswegen, also Leute, wenn ihr Spicy mögt, dann isst das. Wenn ihr das nicht mögt, also weniger mögt, sag ich mal so, dann ja, überlegt euch das. Aber probieren würde ich das auf jeden Fall. Also ich meine, trotzdem ist nicht jedes Essen hier spicy. Ich bin zum Beispiel kein spicy Mensch und meins war nicht spicy. Aber wenn man spicy ist, muss man sich drauf einstellen. Also wir empfehlen das Restaurant auf jeden Fall weiter. Es war richtig lecker und auch die Bedienung sehr nett, sehr freundlich. Unsere Rechnungen waren 243.000. So. In den meisten Restaurants hier ist es so, dass Service schon mit drin ist. Also Trinkgeld. Bei denen stand auf der Rechnung extra drauf, dass es nicht mit drin ist. Und konnte man dann natürlich auch sehen. Sehr schönen Abschied gehabt. Und dass man quasi selber Trinkgeld geben kann. Und dann auch so gemacht. Was ist das? Ein Theater schick ich davon aus, ne? Das ist im Tempel. Ja, und die Leute lassen sich einen weg. Aber wir wollen einen nehmen. Und dann packen es nicht an. Wir sind jetzt zurück in der Lodge. Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht.